Wir fordern Grundrechte für alle Geflüchteten, also wir sind solidarisch. Für uns ist klar, jede Familientrennung ist ein härter Fall und muss unbedingt geendet werden. Das Recht auf Bildung, das Recht auf Sicherheit und ein Leben ohne Verfolgung, das Recht auf Arbeit. Viele Menschenrechte werden durch das deutsche Asyl- und Aufenthaltsrecht eingeschränkt. Wir fordern, hört auf, die Rechtsstaatlichkeit des Grundgesetzes in Frage zu stellen. Das Recht auf Asyl muss erhalten bleiben. Es gibt keine fairen Verfahren in Ankerzentren. Fangt doch endlich an, über Sachen, die wichtig sind zu reden. Wenn man Euronews guckt, sieht man, alle möglichen Leute reden einfach nur über Flüchtlinge, als ob Flüchtlinge das Hauptproblem wären. Flüchtlinge sind kein Problem. Flüchtlinge sind kein Problem. Und ich sage, Policemen sind nicht Frauen. Und sie sind ein paar Stunden. Und sie sind ein paar Stunden. All das, ohne eine konkrete Grunde. Das sagt die Geschichte von vielen anderen Frauen, die mit dem Rassist und Sexist Asylum-System sind. Deutschland muss sagen. Deutschland muss sagen. Deutschland muss sagen. Deutschland muss sagen. Das ist die Frage, die Leute zu flühen, die ihre Homo-Systeme und suchen für Flüchtlinge. Wir luchten auch um die Rechte der Immigranten zu werden, weil wir sie klein und klein sind. Wir wollten nicht als Frischling sein. Das ist das, was wir uns als Frischling macht. Wir sind zusammen, zusammen und wir sagen nicht für die Flüchtlinge, nicht für die Neue Anker. Danke. Deportation. Stop, stop, stop. Stop. Deportation. Stop, stop. Das ist in diesem schönen und schönen Ort, dass wir die Leute wie die Beteil nehmen. Das Problem mit den Papieren, die wir heute haben, ist, dass man Menschen wie Dinge behandelt. Enfin, es ist inadmissbar, dass die Koalitionsgeräusche entscheidet, dass Familien nicht zusammenleben können. Es ist evident, dass die Situation in den letzten Ländern ist nicht nur eine Katastrophe für diejenigen, die auf dem Weg zu Europa aber auch für diejenigen, die auf dem Platz bleiben. Deshalb erwarten wir von allen, die sich gegen die AfD stellen, auch dass sie sich gegen die Rechtsnationale Politik der Bundesregierung stellen. Denn Grundrechte müssen für alle gelten. Werdet aktiv gegen Abschiebungen, gegen Ankerzentren und für Familiennachzug. . . Untertitelung des ZDF, 2020